Zum Mission ziehe. Hey. Die Reise beginnt. Die Reise. Die Reise beginnt. Die Reise beginnt. dann kann ich nicht mehr steuern wofür fährst du? war das gerade ein danger? da ganz hinten gott okay das machen wir noch und dann muss der Part auch wieder vorbei sein so, was ist das? da wären wir alle Joe oh komm ich war ja nicht die Folge in überlänges Ziel schön ne? das müsste er nicht eher sagen, was ist los? was ist los? du musst du sagen wo es am besten ist du bist ja fotograf hier ist der angler so was haben wir samba 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 ja komm spächer ja alles klar ja wir sind direkt neben dem fest unser autos genau so weit weg wie das irgendwie ne? hey war das Auto wirklich so weit oben? gladio, wann kommst du zurück? so, was machst du jetzt? ach der muss ja nur ein paar Stunden fetten, da war es das kommt er schon sieht auch komisch aus sieht auch komisch aus sieht auch komisch aus Atomgebiet ach da hinten ist das Auto ach da hinten ist das Auto hey was ist das da? wenn ich fragen darf, hey komm komm geh mal zu Fuß hin komm geh mal zu Fuß hin was noch was ist denn das für ein Symbol? hey, erstes mal in Ruhe weil wir auch leben wir denken immer aggressiv werden ne? nimm mal diese Japaner oh 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 was ist das denn da? habt ihr gesehen? sah aus wie ein Schokobo ne? bisschen anders was Kuka twice ach wie sie sind schön Baselist was sieht ja cool aus ich muss mich helfen ach ach ja weiter so noch es wird für öh der kommt noch was anderes was ist das denn Musumashu noch ein muslima schlitter was ist denn hier los gut gar weiß gut gar weiß dann riss uns down gut, das weiß auch down was diese Muscheln mussten was ist das, ich dachte, ich dachte, ich war ein Gott was ist das vollkommens? Wie viele Monsterkits ist denn hier? Ist da noch was? Ah, Kuka-Twice! Guck in der hier! Ist die Krähe! Er ist 50! Ich hab's nur im... Neben... Äh, ich hab das nur... ganz leicht gesehen. Da ist glaube ich 54 oder so gewesen. Alter, ohoho. Ist einfach ein Hahn oder so. Lol. Höh, ich steht ein Auto. Warte, warte, warte. Sag mal, kaputt Tashino, toll. Sie fährt cool aus, der Ort. Du musst viel geiler Wagen. Wollten die Stadt springen, oder? Oh, was ist das denn? Oh, ist das denn? Oh, egal. Äh, äh, Gumbels jagen geht. Ach, wieso wollte ich heute ja auch die, die Aufnahme beenden. Dann mach ich das ab jetzt. Und wir sehen's dann. Dann geht's los. Hallo. Herzlich willkommen zu dieser Art. Diesen, äh, Playheart von Final Fantasy 15. Mh, jetzig... Höh... ...sizukadane. Wir reden nicht. Nichts zu sprechen. Ja, genau. Wir kommen jetzt an den alten Erwartungen, aber... ...dessen Sie ist Miss Ril. Ich weiß, was wir zu sprechen, wie ich sie sagen darf! Ich muss doch das schnelles Item nehmen. Ja, sag mal. Miss Ril ist ein sehr wichtiges Zeichen, oder? Weil Sie haben auch immer Verleihung, und Ihnen sind auch der Reichweite. Ich weiß aber nicht. Ne? Kannst du das vergeben? Nein, das vergeben nicht. Das ist so schrecklich. Wenn du dich selbst verabschiedet hast, kann ich nicht. Nein, sogar. Der gespawnt kann. Ich weiß es nicht. Dammchen. Oh, der ist doch. Was ist das? Ich weiß nicht. Komm schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was passiert jetzt? Ihr seid in der Kunde. Ihr seid in der Kunde. Ihr seid in der Kunde. Das ist der Kunde. Ja. Oh, was? Ich bin ein kundelndes Jäuhe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Prompto nicht zusammen. Tausend fünf Wörtererfahrung. Ich bin bereit. Hä? Ich bin bereit. 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 Aranea hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder Angen noch den Gigalia oder Shokobu benutzen. Okay. Dann mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mit Rieschenen. Mit Rieschenen. Geht's gut. Dann bin ich da irgendwo in den Augen... Kleine Schnecke... Ich meine... Ähm. Hattch hier nicht irgendwo aufblicken. Sehen. Bin ich einfach nur... I-Tim geil. Ja. Ich glaube schon. Das sind einfach diese, diese komische Fasern, die hier rumfliehen. Fun. Die sieht cool aus, wa? Das sie jetzt auf einmal lieb ist, das müssen wir sicher nicht. Was? Nochmal. Hm? Wir brauchen Licht, okay. Schnauze-Handy. Wie bekommen wir jetzt Licht? Hm? Was ist denn? Hä? Komisch. Irgendjemand hat mir immer WhatsApp geschrieben oder es ist... Was ist denn da? Die zwei sind in der Viertel? Sie waren sehr begeistert. Sie waren sehr begeistert. Oh, Vigus und Wetch? Ich bin ein Viertel, sondern ein Viertel. Ich bin ein Viertel. Ich bin ein Viertel. Ich bin ein Viertel. Ja. Und ob ich mit meinem Trink machen... Ich bin ein Viertel. Und ich bin Sorry auf dem Weich włascht. Wenn ich mich nicht kenne, dann können wir uns nicht sprawen. Eindeute ist eine Sackkasse. Geben wir zuerst hin. Was? Warum... ...ich habe ich einen Licht, nicht? Also、 wenn ich noch.. ...ich hab mich noch... ...ich bin ich nicht. Genau. Toll. Einfach ne Sackgasse. Danke. Danke, dass ich begründlich gucken darf. Es geht auch auf, Alter. Immer von hinten genommen. So, es geht weiter. Meine Freunde, es geht weiter. Toll. Wie kommst du jetzt da dran? Hä? Hä? Mich verarschen? Ja, klar. Hä? Sollte ich einfach nur schnell genug sein, oder was? Was war das denn? Toll. Weil der so trödelt. Guck mal, was soll das? Oh! Oh! Schnell nehmen. Krummstück. Keine Ahnung. Schnell nehmen. Schnell nehmen. Schnell nehmen. Rechts in den Stufen. Hm. Da haben wir. Oh, was ist denn das? Skelettos, oder was? Ich hab, das nur Skelettos. Ich hab einen Scheil. Ich hab einen Scheuch. Ich hab einen Scheuch. Im Sche здern. Oh! Ah, da gibt es eh so den Schlangen. Ah, okay. Mir hat es zu einfach gewesen. Ach, gibt es doch nicht. Ein Fogli direkt, der kann nicht wieder. Man kann nicht mit... Nein. Ich habe noch keinen Kaffee. Oh, das ist ein... Necker. Ach, scheiße. Ich muss nicht mehr durch die zwei Minuten. Eilt. Was ist das? Oh, ich schicke die Leute an die Leute. Schiffe da, Alter. Schmitte. Schmitte. Schmitte, was hier? Hier. Da lebt doch noch. Ach so. So. Haben wir hier irgendwas noch? Nö. Was ist das? Das ist ein Ratten. Der hat sich aus dem Ratten geschmackt. Eee, äh... Oh. Oh, ich bin so lebe. Ich denke, ich bin so lebe. Das war ja so. Ich hab auch den Ratten hier. Ich bin so dabei. Ich bin so dabei. Ich bin so dabei. Ich bin so dabei, wie ich hier die Wasserstücke habe. Okay. Äh, noch ein bisschen? Das ist aber was. Nur für Kohl. Mann, das ist ja bloß. Oh! Boah, er hat zwei Tauben. Da ist er. Das ist auch zu sehen, ob er ein Matsch wegen der Akte rauskommt. Ich muss doch mal hin. Äh, gut. Äh, da kommt ein Vergnung ab, der. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. so ist es aber schönen Uwe für mich so ist es so ist es so ist es so ist es hängen haben die so ist es so ist es so ist es so ist es was ich haben wollte Magie Flakon Dax wird es nachgeahmt Magie Flakon Magie Flakon Koko Nanka Kini Dax Mio Tostaka Kapschon Da bringt auch nichts Keine Ahnung Oh oh jetzt ist ja eine Wand vorbei Dax Dax Mio Tostaka Dax 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 da gehe ich mal hier runter so wir sind ja fast bei zwölf minuten ich habe jetzt ein timer eingestellt das muss man ja machen erst mal topik und das schon anfangen hier mit heim damit ich so mal hin und her 19 an 20 dann müssen wir so schneiden weiße weil ich genau zack da sie geht es gibt keine antwort ja 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 der hammers so dass wir stück verrostet ist mit entschuldigung ich dachte dass wir arbeiten arbeiten nicht sieg oder was ist nicht Ich wusste es, ich wollte es gerade sagen, oder es wird gleich was kommen. Diese Räume da sind ja auch toll. Was ist das? Was ist das? Ich habe die Hände, ich habe die Hände. Ich habe die Hände und ich habe die Hände, ich habe die Hände im Theater. Ja, ja. Was ist das bei denen? Ich habe die Hände und ich habe die Hände. Das ist gut! Natürlich! Alle, alle, alle! Du bist so! 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 Das ist so! Wie ist das? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Oh, jetzt wird's aber... Komplexer! Ho, ho, ho! Guck dir mal um die Räume an! speichern geht nicht während der aufgabe speichern geht nicht da war das automatisch das war so ein muskern kommt darunter auch die Ich sehe jetzt wie ein Snitter, Alter. Ach ja, was weißt du? Das ist eine geile Snitter, oder? Super, dann. Oder was für den Phoenix-Fehler besser. Ja, das Spiel ist immer super links hier, ne? Was ist denn das hier? So. Der ist halt nicht weg. Das ist schon schwer repariert. Nice. Waffe, wir wechseln. Oh, okay. Oh Gott, hier ist einer eingeflogen. Oh, bald. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Egnis, du bist. Du bist du. Du bist du. Du bist du. das ist ja schon gut sie ist ja eingestürzt wo lang jetzt wenn man ein bisschen ich gehe erstmal die sackkasse da ist immer gutes zeichen für ein item und für gegner dann haben wir noch nichts auch nicht hier geht es als einziges weiter zufälligerweise man kann ja da südkoいたからものありそうだよね so んな kiss so 材を探しに来たんだぞ